Und da sind wir auch schon beim nächsten Mal. Dieses Mal werden wir noch den letzten Weg erkunden, der uns auf dieser Karte bleibt. So, einer wie kann, ist ja schnell und flink. Ah, das ist ne Falle. Komm schon, bum bum bum. Ach, kämpfe einfach gegen die Skelette. Okay, der Frostschaden macht da nicht viel aus. Ach, zu Schande. So, laufen wir mal rüber. So, laufen wir mal ein bisschen in den Raum rein. Ich glaube, es ist besser, wenn wir die hier fertig machen. Oh, da kriegen wir gerne einen Haufen Feuerpfeile. So, Skelette macht Watterkopf gegen den Tod. Ah, hier sind wieder ein paar neue. So. Ach, was soll der Geist. Ah, hat schon erledigt. Tja, auch ne Möglichkeit Skelette loszuwerden. So. So. Dann geben wir das wieder ihr. Sie guckt sich's an. Und gibt's ihm. Und er hat da nen Haufen Feuerpfeile. Mal sehen, wo liegen noch Pfeile. Da liegen Pfeile. Da liegen Pfeile. So. So. Ja, jetzt können wir den vernichten. So. Der hat sogar einen Dutzend, äh, Haufen Pfeile. Äh, und deswegen glaube ich diese Detonationspfeile. Gepäck voll. Pfeile des Zauberbruchs. Wo? Äh, beißende Pfeile. Ach, da haben wir's. So. Äh, habe ich diese Bolzenart nicht noch irgendwo rumliegen? Ne, sieht nicht so aus, aber... Dann hat sie noch ein paar Eispfeile. Die haben Eis und Feuer. Ja. Okay. Ähm. Das war die Keule. Gut. Dann mal zurück. Wieder Pfeile abgeben. Äh, ich habe keine Tränke mehr, aber wer hat... Wer hatte das Gegengift? Ah, der. Okay. Äh, okay. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Na, das ist wieder ein neues Elixier. Dann hat sie wieder die Backen voll. Okay. Äh, Pfeile plus eins. Gut. Die können sie gleich mal ausrüsten. Wenn es unbedingt sein muss. Äh, okay. Zack, zack, zack. Und... Lauf! Oh, Mann. Der wird sie extra spannend machen. So. Die 12 Pfeile kann ich da nach oben legen. Ach, das sind wieder 10 Eispfeile. Und das sind wieder diese Magiebrecher. So. Mal gucken. Jetzt... Dann nach hinten. Dann... Hier. So. Eigentlich können die anderen jetzt mal... Was? Magiefehl wirken. Also. Ach, ah, ja. Die... Die Axt habe ich ja gewirkt. Äh, habe ich ja. Ja, jetzt verstehe ich. Immer wenn er die Axt nutzt, dann... Dann macht er ja Magiefehle. So, das schafft er noch. Das schafft er. Ja. So, den Trupper langsam hinterher holen. Kann ich euch... So. Khalid hat es geschafft. So. So. Das dürfte sie einen Wand freischaffen. Ja, perfekt. Weil... Dann kann ich nämlich hier gleich aufgeben. Das... Äh... Erleichtert glaube ich die ganze Sache allgemein. Aber es gibt hier Fallen. So. So, erstmal das abschalten. So. Gut, die Fallen sind also immer auf diesen Plattformen in der Mitte. Was kann ich für euch tun, wenn es unbedingt sein muss? Was kann ich für euch tun, wenn es unbedingt sein muss? Was muss denn ich verschwinde jetzt? Womit kann ich sehr wohl. Ja genau. Geh halt so aus. Ja? Ja? Ja! So. Ein bisschen schneller, wenn ich sehr wohl. Ich glaube, der Platz ist frei. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Also fallen frei, meine ich. Gut. Mich kümmert's. Ich hab genug davon. Schon gut, schon gut. Okay, und die dann nennen. Was für sie. Du bist denn, ich verschwinde jetzt. Was kann ich sehr wohl? Erzählst du mir wie lang? Ich finde die Falle. Ich entschärfe die Falle. So. Lass das Skelett kommen. Was kann ich für euch tun? Schon gut. So, jetzt kann ich's fertig machen. Zum Glück ist das Ding eine stumpfe Waffe. Nee, das ist ne Axt. Nee, das ist ne Axt. Sonst hätte ich nicht so viel, ähm. Okay, das kann auch wieder Imo entnehmen. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Schön für euch, wenn ihr hier lang. So. Die ist ja eh unsere Pfeillistin. So. Das sind Pfeile plus zwei, die ihr kennst ja nicht gleich. Nera. Dein Job. Äh. Und das ist sein Job. Ihm gehen nämlich die Pfeile aus. Uh. Uh. Und die hier. Die kann er auch nehmen. Uh. Uh. Das war knapp. Uh. Aber wir sind jetzt hier auch durch. Haben wir unser Konto an Fallen aufgestockt. Das war jetzt nicht so schlecht. Was kann ich für euch tun? Sehr wohl. Haft ihr lang. So. Eigentlich muss hier irgendwo. Ha. Irgendwo müsste eigentlich sein. Aber. Ist nicht. Ah. Hm. Sehr interessant. Jetzt wird noch. Das hier und nur ne Falle lauert. Ein bisschen. Ihr habt geläutet. Schon gut, schon gut. Okay. Scheint nicht so. Dann bleiben wir uns nur noch diese vier zu hören. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier. Die Maske stimmt an. Die vier Tunnel legen vier Feinde. Bringe sie um, um das Spiel beginnt. Äh. Das ist toll. Feuer, Eis, Schleim und Wind. Alle müssen vergehen um weiter zu bestehen. Äh. Die Flammenwerferin muss getötet werden, bevor sie ihren Bogen einsetzen kann. Okay. Das klingt ja schon mal schlimm. Die Verwandlung in eine Dame kann dem Spiel eine Wendung geben. Und zwar zum Schlechten, wenn ihr wisst, was ich meine. Die Maske stimmt an. Schlick wird von Schlägen und Zaubern nur durchtrennt. Verdampft aber beim Feuer. Ja. Gut. Dann. Schauen wir mal, was uns hier auf vorne erwartet. Fangen wir doch gleich ganz oben an. Ähm. Äh. Hat er Feuerpfeile geladen? Ja. Feuerpfeile laden. Wenn dann Schlick ist, der genau das macht, dann speichere ich hier mal ab. So. Da ist ein Weg. Den gehen wir mal. Der führt in einen Raum. Kaldan der Bär. Unverletzt. Äh. Gut. Das immerhin die schlechten Pfeile hat. Äh. Dann. Verletzt. Ach du Schande. Ich bin vorbereitet. Was ist das Ziel, mein? Das könnte sich problematischer weisen als ich dachte. Oder auch nicht. Nein. Ja. Das war sogar richtig. Einfach. Äh. Was haben wir denn da? Winterwolf Fell. Den Helm nicht. Nehme ich weg. Winterwolf Fell. Also Eis habe ich zumindest besiegt. Äh. So. Dann nehmen wir das mal alles an uns. Na. Den kann man liegen lassen. Den braucht kein Mensch. So. Ihr habt eine Aufgabe? So. Das eingefroren hat sich jetzt also ergeben. Dann kann sie aber endlich mal wieder ihren Zauber wirken. Wenn er nicht wieder steht. Aber 41 hat er. Und wie viel heilt das? 17. Das Ding heilt 17. Was ist denn das für ein schlechter Zauber? Was ist das für ein schlechter Scherz noch an sich? Äh. Äh. Heilt Wesen bis 17. Schutz vor negativer Energie bringt mir nix. Schutz vor Blitzen bringt mir nix. Koordinierte Verteidigung bringt mir nix. Hm. Naja. Womit kann ich denen? Dann schlafen wir mal ne Runde. Schon gut. Schon gut. Schon gut. So. Eis. Erledigt. Sehr wohl. Gut. Ich würde sagen weil das grün ist ist das Schlick. Da können wir uns eigentlich auch noch weiter wagen. Äh. Ehh. Quicksafe. Und weil da ein Toter ist. Ähh. Wir haben. Ja wir haben Feuerpfeile. Ein bisschen schnell. Schon gut. Schon gut. Schon gut. Okay. Was kann ich für euch tun wenn es unbedingt sein muss? Womit schon gut. Schon gut. Schon gut. So. Ähh. Spreitungsschleim. Ist irgendwie. Ja die. Ich glaub die die Sache mit dem. Mit dem Pfeil. Ähh. Mit dem Feuerpfeil hat ihm so richtig. Hats ihm gegeben. Aber sonst ist hier nix. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Extrem einfach. Unsagbar einfach. Tja. Aber. Das war's auch dann für heute mal wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wenn es weiter geht. bei Baldur's Gate. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.